Hier geht es nicht um Premium. Es geht darum, wie wir intelligenter mit Energie umgehen. Um Innovation, die uns neue Wege zeigt. Es geht darum, offen für Neues zu sein. Hallo ID, bring mich heim. Die Perspektive zu wechseln. Hier geht es darum, Premium neu zu denken. Der vollelektrische ID.5 SUV Coupé. Neu gedacht.